Eine Aussage sein. So stand er da. Guck ich jetzt hier lieber hier weiter. Mein Gott, Mensch. Mach mal eine Heel. Ich will die Flöte. Deine hässliche Scheißflöte. Aber jetzt zack zack, Mann, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Graben, graben, graben. Weil es so einen Spaß macht. Denn nicht. Los und los und los und los. Und los. Und weiter. Uh, macht das Spaß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dadurch verliere ich doch jetzt bestimmt wieder schon 30 Abonnenten. Weil ich hier so einen Scheiß hochlad. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, wo kann ich denn hier noch graben? Ha, ich habe ja jetzt hier ja schon fast alles umgegraben, Mensch. Nö, 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 nö. Nö, nö. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Nö, 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 nö. So, habe ich jetzt hier komplett alles umgegraben Und ich habe es immer noch nicht gefunden Hä? Ich habe jetzt hier die komplette scheiß Kackfläche umgegraben Und deine fickte Flöte nicht gefunden Kleiner Homo Das hier fand mein Flöte Please keep looking for it Halt das Mordo Nein, hier ist noch was So, jetzt habe ich aber alles umgegraben Und weißt du was? Ich habe deine scheiß Flöte nicht Leck mich Ich finde die auch nicht Oder sollte hier irgendwo vorne sein Mein Gott Der könnte auch mit Nische was anderes gemeint haben Ey, eine Fee Verpiss dich, meine Fee Was meint der denn hier? Das könnte auch mit Nische gemeint haben Hm 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 Westen Dann geht es wieder ganz nach Westen Ganz nach Westen Hä? Dann rechts Hm Ja, auf der rechten Seite Hm, hm, hm Aber hier soll noch was anderes versteckt sein Also jetzt laden wir mal Und zwar ein Herzteil I want to dig Irgendwo in der Mitte Aber graben liegt mir wohl nicht so wirklich Wie ich feststellen musste Oh, beziehungsweise habe ich da kein Glück Boah, es leckt mich, Mann Gib mir jetzt das hässliche Herzpissstück Scheißding Ist irgendwo in der Mitte Tolle Angabe Hä, was soll denn der Mist Hallo Kann man sich eigentlich gar nicht mehr auf das Internet verlassen, oder wat Herzteil Flöte Alles nichts Alles nichts Oder habe ich einen Knick in der Optik Das hier ist doch wohl die Mitte, oder nicht? Dann nicht Dann Fick dich Verpiss dich Ich will dich hier nicht wieder sehen Oh mein Gott, sowas sagt man nicht Ja, meldet doch ruhig die Videos Nein, tut's nicht Aber das musste jetzt mal gesagt werden Hä, Mensch Das hier ist mir auch noch seltsam Die Nische, die Nische Den ganzen Westen Und den ganzen Westen Und den ganzen Westen Oh mein Gott, oh mein Gott, was ein Spiel Aber ich weiß, wo ich denn allgemein weiter muss Aber ich Hier war doch Ne Light World Was Specialiges Ha Das weiß ich noch Und das Nutze ich jetzt aus Und ich will endlich das vierte Herzteil kriegen Ja Ja, wusste ich's doch So und jetzt gibt mir das vierte Herzteil Da Ah, vierte Herzteil Nimm den scheiß Krug Nimm den scheiß Krug Nimm den scheiß Krug Nimm den scheiß Krug Oh, ja Ich hab jetzt mehr als eine Reihe Elf Wahrscheinlich jetzt Ja, ja, ja So Gitto Endlich wieder Endlich mal ein kleiner Erfolg wenigstens So und wieder zurück Und jetzt zeig ich euch, wo man angeblich hin muss So Und zwar Muss ich in die Light World Dann hier irgendwie hoch Nein, nicht an die Bücherei Weiter, weiter, weiter hoch Und dann Hätte ich eigentlich mit der Flöte Diesen komischen Wetterhand hier befreien können Da wäre dann eine Ente rausgekommen Oder Huhn oder was doch immer da sein soll Und Die hätte ich dann mit der Flöte immer rufen können Die wäre dann gekommen Wann ich's will Beziehungsweise Kalter Spiegel Fan Wird mir doch eh wieder sagen Wie ich diese blöde Flöte da bekomme Danke schon mal an Voraus Und ich habe mich umsonst abgequält Aber ich will mich ja nicht nur auf andere mehr verlassen müssen Deswegen wollte ich's alleine probieren Aber habt ihr ja gesehen jetzt Was da rauskommt B1 Oh my god Was ist das denn Was habe ich denn hier dafür Puderbomben, Enterhaken, Lampe Feil und Bogen Boomerang Schaufel Hammer Buch Oh Aus dem Puder wurde was Hey Blast you for waking me For my deep dark sleep I mean Thanks a lot sir But now I will get my revenge on you Get ready for it Uh Is that okay With You Sir He 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 I laugh at your miss